hallo und recht herzlich willkommen zurück zu green project und wir waren der letzten folge in der stadt hatten auch so ein paar sachen fertig gemacht schon und spieß haben wir gemacht hier das essen wir mal so dann trinken wir das noch leer das aufhören spieß ja auch noch dann kochen wir mal im wasser da rein und dann gucken wir mal eben was wir tolles machen können ich hatte so das gefühl dass wir hier so eine tödliche falle draht jeder eine falle um ratten und andere tiere zu fangen muss draußen platziert werden das machen wir bauen so eine tödliche volle er hat noch so eine feder das machen wir mit einem brett das machen wir das ist es mir wert so so eisenbaren haben wir auch holz haben wir mehr als genug da haben wir auch noch holz wir füllen das hier mal auf so auf pflanzliche basis gegressbare pilze fünf stück was haben wir denn da giftpilz natürlich das wasser muss da rein wollte ich hier ähm das kult zu füllen und nochmal auf drei bleiben übrig und hier kommt halt doch wieder rein dann platzieren wir uns das große falle die setzen wir hier hin und die wollen wir auch um den tag sehr gut das gefällt mir ja wir sind müde ein bisschen geht noch ein bisschen geht noch so äh dünger ist fertig machen wir das auch mal eben noch schnell genau und da rein aber ich habe mir ist genug auf tasche so wir pflanzen hier auf jeden fall war es auch ein baum auf jeden fall noch ein baum einfach so dann wollen wir mal dass wir hier auch anfangen so zack gehen wir zurück in die stadt oh könnten nein wir können nicht im durchdruck so wir sind schon recht müde also keine energie mit äh räumehacken verschwenden aber ich glaube das laufen verbraucht auch energie kann das sein so das sieht interessant aus da will ich nochmal rein bei 5 äh energie gehen wir weg müssen wir erbauen so ich bin schon ganz rausgesund so 8 energie klüppt so wo kommt das das ist die Tür perfekt oh eine Tasse Kaffee das kommt mir gerade gelegt das hat sich wieder wach so leichten kann auch durchsuchen das ist schön oh gott zehn draht ojoioi das fehlt ja mal mehr nein da hab ich schon noch mit so hier den komputertisch nein ja die Dosen kann man nicht durchsuchen ist ja fast überall nix mehr drin das ist schade ich dachte wir hätten jetzt hier richtig äh loopglück so so keine Feder noch auch schon mal was bisschen organischen Müll so ja ja ach da kann man mit Wasserquellen okay oh die geht's ja noch weiter weiß ich nachher gar nicht was ich alles gut schaffe und was nicht so ich würde sagen bis zur Toilette habe ich da schon mal alles gelutet oh ja das ist gut ja da war ich schon oder weiß er nicht so auch wir machen so hier war ich noch nicht lohnt sich hoffe ich hier das ist ja wir haben ja einige schufen ne das ist schon mal mit Anfang nicht rein guck mal ein Teilgeteil liegt da noch ne Feder so hier war ein Stuhlkreis würde ich behaupten Stoff und das war's Toilette und Stuhlkreis oh oioioioioi ich werde hier nicht stehen lassen wir gehen zurück das ist auch nochmal nix zum aufsammeln wir freuen uns ein bisschen ja wohl es läuft wir gehen zurück wir gehen zurück und wir müssen nochmal hier wieder dann müssen gleich gleich gucken wir erst nochmal gleich was wir hier mit ja anfangen können das ist ja es lohnt sich ja richtig so er ist weg vorsichtig noch mal nach den bäumen hier gehen hier nach außen nach meinem plank und gucken nach ob wir schon was hier oben hatte ich noch nicht so viel gepflanzt ne ne ich würde sagen da aber die sind ja tot ne da hatte ich auch noch nix gepflanzt den habe ich gepflanzt der ist ausgewachsen den können wir gleich noch fällen ja ich bring erstmal eben den kram nach hause so müssen wir gucken unsere riesigen mäusefalle ist noch nix drin das kann da rein oder widerlich aber ich muss überleben höre mal diese nahrung verfolgt in drei tagen okidoki ähm machen wir kochte nässe gut für den körper aber nicht äh aber nicht aber nicht zu schmecken mhm so wir wollen gucken was wir tolles machen können ja haben wir jetzt äh tausend sachen möbel was hat denn da noch irgendwas interessantes letztliches sollte ich gucken ne ein rucksack zehn stoff neunhundert fäden auf diese ein küchenbrunnen haltexenflasche nein ja haben wir haben wir buchstoffe teilgitter heckzeuge mhm möbel ich es mhm geht's doch schweinefalle könnten wir bauen nicht tödliche falle könnten wir auch bauen wir haben jetzt erstmal die tödlichen ne das heißt noch kein platz für den kram momentan hier sind noch einen drin so so das kommt da auch raus und das da rein und das da rein und die nachricht kommt hier rein die nachricht kommt hier rein äh die nachricht kommt hier rein äh die nachricht packt nämlich hier draußen an in diese kiste so jetzt jünger ist durch ist gut willkommen fremder ja ja so so stand da mhm hab ich schon gemacht ja ich würde sagen äh wir gehen zu bett und wachen wieder mitten in der nacht auf ne wo es geht noch sechs um morgen morgens ist äh ja schon fast perfekt mhm warte da haben wir hier noch was was wir mhm pflanzliche basis kochte giftpilze hier der kochprozess konnte das gift nicht entfernen essen wir lieber hier so eine tafel Schokolade noch gut wir wollten den baum fällen draußen ne kopf natürlich kombiniert kopf 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 Ich ziehe hier unten noch einen hin. Perfekt. Was haben wir da gekriegt? Mutter Gena-Pilz. Ich habe immer von einem Froschhund geträumt. Oh Gott. Er tötet mich ja direkt. Zeugung, alles. Er ist definitiv nicht essbar. Den packen wir mal hier. Wir packen ihn hin. Da hin. So. Wir haben nichts zum Kochen mehr. Die Falle hat auch noch nichts gebracht. Also gehen wir wieder zurück ins Hochraupe. Hier haben wir tot. Das ist der Käfer. Und durch. Zuerst jagen wir den Käfer. Und dann tackern wir den Baum rum. Durch. Guck mal, da können wir auch durchgehen. Besser hier. Das war's. Das war's. Dann haben wir wieder Tars. unsere achse sprechen wir gehen erst einmal zurück und aber in die axt sonst wird das nix so meist durch könnten wir braten wenn wir das wasser auf so achse reparieren wollte ich schleifsteine und reparieren perfekt dann auf in die stadt zumindest schon mal hinlaufen er ist noch nicht durch perfekt das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus das sieht doch gar nicht schlecht aus so auf zum büro gebäude da da gab es einiges zum sammeln das ist gut das ist richtig gut und 25 bäume haben wir schon gepflanzt da oben aber noch ganz viel äh ja bodenfuhr das ist viel gift hier in der gegend bin gespannt was passiert wenn man alles beseitigt hat so wir waren jetzt hier genau bei diesem stuhlkreis ne gewesen müssen jetzt hier weiter suchen das ist die toilette ja da liegen noch die bretter ne das glaube ich die bretter 1.05 ok das ist schon nicht schlecht sorry ich ähm lege gerade den überblick wo ich was gesucht habe so noch den schreibtisch gut dann sag ich dankeschön fürs einschalten und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dann ciao ciao